Aloha und weiter im Text mit Resonance of Fate, bevor wir zu Ebene 11 gehen. Ähm, ich muss gar nicht nach Ebene 11, oder? Ähm, ich hab da grad was glitzern gesehen, das wollte ich aber gar nicht. Ich wollte nämlich vorher noch, ähm... Need something? Ähm, nee, ich wollte gucken, hier gibt's ja auch einen Waffenmenschen. Ja, mmh... Hier, es gibt ja jetzt hier neue Sachen. Davon haben wir eins? Ne, wir können eins machen. So, machen wir mal das. Moment, was macht denn der? Äh, okay. Moment, was hab ich grad getan? Ich zerlege. Nein! Das wollte ich gar nicht. Wollte gar nicht zerlegen. Ich wollte hier... Ich wollte was bauen, genau. Ich wollte was bauen. Erweiterbarer Sublauf. Machen wir mal den. Oh Gott. So teuer alles. Handschutzadapter. Wir schauen einfach mal, was wir benutzen können. What the? Wir schauen einfach mal, was wir benutzen können davon. So, davon haben wir einen. Dann machen wir mal den hier. Moment. Stand da nicht eben, dass wir... Ah, okay. Den brauchen wir, um den hier zu machen. Ja. Ah, wir schauen einfach mal, wa? Sublauf. So. Ja, ja, du siehst dunkle Zeiten. Ja, Leute, das gehört halt einfach mal dazu. Oh. Die ist ja noch gar nicht ausgerüstet. Dann schauen wir mal. So, die können wir so nicht anbauen. Das auch nicht, aber das... Wollen wir warten mal. Das können wir machen. Und dann können wir eigentlich rein theoretisch das hier machen, ja. Das hier können wir machen. Warum nicht? Ach so. Weil's nicht geht. Ganz einfach. So. Ähm. Das hier geht jetzt aber. Boah. Das passt so nicht. Können wir denn... Können wir denn die... Nee. Wir können die Waffe nicht nach oben setzen. Oder? Glaub nicht. What the... Fuck. Okay. Dann pappen wir einfach mal das hier erstmal dran. Okay. So. Was macht die denn? Können wir da das Ding anbauen? Moment. Bauen wir mal das ab. Und... Ähm. Das ab. Und schauen wir mal, ob wir dann dafür den da... Hallo, Drucker! Okay. Sie wird dadurch zu schwer. Schade. Ähm. Gut. Dann packen wir dich wieder ran. Äh. Lala. 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 Haben wir noch irgendwas, was man dran kleben kann? Außer das? Ne, das ist das, was dran ist. Ja, ich glaube, ich muss das mal offscreen machen. Diese ganzen Aktionen hier. So, hier ist auch nichts mehr, was man dran kleben kann. Moment. Ne. Hm-mm. Wohl, was mit dem? Muss das an beiden festgemacht werden? Weil das könnte ich machen. Obwohl, Moment. Ne, ich hab... Ne, lassen wir so. Die lassen wir erstmal. Oder? Haben wir hier noch irgendwas? Das hier hätten wir, aber das passt dann nicht mehr hin. Definitiv nicht. Hm. Ja, ich hab doch noch so ein Ding. Warum benutze ich das nicht? Das... Ach so, weil ich schon... ...dran ist und hierfür nicht benutzt... Doch, hierfür kann's benutzt werden. So. Gut, ich hab keine Bauteile mehr, die dann unten ran können, aber... Und hier, du hast doch auch noch keinen Adapter, aber ich hab auch keinen Adapter mehr. Na dann. Gut, wir haben ein bisschen was aufgelevelt. Kein Ding. Halt! Nein, geh zurück. Da blinkt was. Da hat was geblinkt. Geh zurück. Geht. Oh, da blinkt auch was. Finde ich jedes Mal was, wenn ich hier lang gehe? Oder habe ich das bloß nicht gemacht? Hä? Moment, mit ihr habe ich aber schon geredet. Ja, mit ihr habe ich schon geredet. Oh. Wie schön. Hm, oh. Oh. Ich weiß, was wir kaufen müssen. Komm wieder. Nämlich eine neue Waffe. Ich muss mal ganz eben, während ich das hier finde, meinen Timer umstellen. So, ich hab den nämlich gar nicht mehr gesehen. Ein Blindgänger, okay. Fände ich aber sehr von Vorteil, wenn ich wüsste, wo meine Sachen stehen. Gut, wir speichern erst mal. So, hier, ihr seht, ich hab nicht weiter gespielt, als beim letzten Mal. Ich hab keine Zeit, aber jetzt ist ja bald Weihnachten, ich hab Ferien und, ähm, ich muss mal ganz kurz, ähm, Afka. So, da bin ich wieder. Ja, und. Und, ich würde sagen, wir machen weiter. Und erledigen erst mal hier diese Straßensperre. Vermummte Gangster, okay. Gibt's hier, es gibt keinen Anführer, okay. Gut. Ähm, machen wir mal euch. Ich kann da nicht hochspringen, aber da kann ich hochspringen. Machen wir mal dich erst mal fertig. So. Oh, und Leans Stufe wurde erhöht. Das ist doch mal eine schöne Nachricht. Nein, 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 nein. Ihr macht hier jetzt erst mal gar nichts. So. Den unmittelbaren Gegner erledigen wir mal so. Gut. Leans. Du springst mal da rüber. Du springst mal da rüber. Kannst du da... Da kann man nicht rauf. Okay. Gut. Da kann man auch nicht rauf. Man kann nur hier rauf. Okay. Machen wir es so. Dann so. Ah, ist das schön. Ah. Und. Oh Gott. Nein. Gut. Dann schicken wir mal Zephyr her rüber. La 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 la. Und bitte jetzt auch mal treffen. Dankeschön. Hup. Oh oh. Nicht, dass die diesen Stickstoffbehälter da... ...erledigen. Das wäre nämlich sehr bitter. Das... Oh. Ähm. Kleinen Moment. Ich bin mal kurz weg. So. Ca. Zwei Stunden später. Und das meine ich jetzt wirklich ernst. Ja. Wenn man gerufen wird, dann ist das natürlich unaufhebbar. Und. Kann absolut nicht warten. Aber egal. Muss das mal wieder ausrichten, was ich hier... ...an Zeug habe. Bin auch gerade die Treppe hochgerannt, blöderweise. Ach, und der steht jetzt da so. Finde ich natürlich cool. La la la. Und zack. Jo jo. Oh, ich habe eine dunkelviolette Energiezelle bekommen. Schöne Sache. So. Ganz ehrlich, Leute. Bevor ich da hinrenne jetzt, ähm... ...möchte ich einfach mal hier ein bisschen... ...Energiezellen formen. Ich hoffe, du hast eine bessere Kampf als die letzte Munch. Ja, ja. La 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 la. Oh, nicht immer auf das arme Mädel. Ähm, ja. Geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt, geh kaputt. Arme Lien. Ne, Moment. Nur mal den Anführer da, und dann geht's los. Oh, ja. La 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 la. Hat sie gerade gewartet? Sah so aus. So, erst mal dich. Und dich. Und dich. Und dich. Das klang so, als hätten sie immer noch ihre Touren auf dem Kopf. Was sie nicht mehr haben. Außer er. Außer ihm. Der hat noch... Ich möchte nicht mehr... Genau, ich möchte da hin. Möchte ich da hin? Ich mach's einfach mal, weil ich's kann. Ich möchte's einfach kaputt machen, weil ich's kann. Naja. Lalalalala. Ja, und jetzt sind ja bald Weihnachtsferien und das bedeutet, dass ich bald äh... wieder richtig aufnehmen kann. Weshalb ich euch dann auch diese Füller-Folgen ersparen kann. Diese und die nächste müsst ihr noch durchhalten, ganz ehrlich. Aber danach gibt's wieder vernünftige Folgen, versprochen. So. Ja, ja. Hör mal, Dasha. Obwohl, nee. Ich geh mal... Ich geh mal hoch. Jetzt waren wir hier. Wir haben... Wir haben ja ein bisschen was geschafft. Ähm... Ich geh mal in die Arena. Da waren wir ja auch schon ewig nicht mehr. Können wir ein paar Energiezellen sammeln. ... Dong. Hallo? Nee, da hinten ist der vermummte Gangster. Und der ist mein Feind. Oh Gott. Ach nee, das ist... ... Oh jo. Das geht ja schnell. Lian, du hättest da vielleicht nicht so unmittelbar reinspringen sollen und dieser blöde Hund... ... äh... ... hat mich gebissen. So. Ah, das weiß ich nicht. Oh, aber guck euch mal die Waffen an. Die sehen so schön aus. Hm. Schicke Sache. So, Zentralicht. Musst mal eben kurz die Maus aus dem Bild nehmen. Gut, und dann geht's jetzt erstmal... ... nach oben. ... ... ... ... So. Ich höre Hunde. Aber draußen. Bei uns. So. Okay, Ebene acht. Und da können wir uns... ... beamen. Beam me up. Jo. Wunderbar. So, und wir sehen uns im nächsten Part von Resonance of Fate wieder. Overly.